Zum Rankenbein in dieser Serie die selber in Überzahl. Bis jetzt haben sie 25% Powerplay. Jetzt gibt es noch eine Strafe, da lag ein Spieler, ich habe es nicht gesehen. Stockschlag sagt mir, das ist der La Revaire gewesen. Haben wir das auf dem Bild, liebe Regie? Das habe ich nicht hingeguckt, können wir nochmal? So, jetzt sehen wir es von Rückerslaufen. Ah ja, also. Zack. Völlig unnütz. Und das ist nicht das, was ich meine mit Grenzen ausloten. Das ist unfair. Das gehört sich nicht. Videobeweis, dementsprechend wird eine große Strafe überprüft. görst dir okay. Tschobra, das ist das alles unsere Herz, das��. So, jetzt soll ich dir mal Otra auf dem Bild, auf welchen Bild, wo es gerade die Wenn ich jetzt da's sage, dann versteht das, was ich. Also geht es einfach dir mal hin und neue Antwort. Mal schauen, Marcus who ist das alles etwas berRETELAND! also geht es nicht länger, sich so shear guys mit mir auf das